Schönen guten Abend meine Damen und Herren, wie Sie alle wissen, stehen wir heute hier auf historischem Boden. Denn genau hier am Potsdamer Platz verlief einst die Mauer. Von dieser Teilung und was es für die Menschen damals bedeutet, handelt ein wunderbares Musical von Udo Lindenberg. Berlins erfolgreichstes Musical erzählt eine Liebesgeschichte im geteilten Deutschland und das mit den großartigen Songs von Udo. Freuen Sie sich mit mir auf ein Best of von Hinterm Horizont. Musik Du und ich Wasser, einfach und stark war, ein Ponyblitz und Donner. Zwei wie wir, die können sich nie verlieren. Hinterm Horizont geht weiter, ein neuer Tag. Hinter uns und immer weiter, zusammen sind wir stark. Das mit uns ging so tief rein, das kann nie zu Ende sein. So was Großes geht nicht einfach so vorbei. Guten Abend meine Damen und Herren, dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Schreib die Gesetze neu und bleibe nur dir selber treu. Musik Der Crazy-Wann geht mit den Lockengang und der grünen Lindenland. Musik Seid willkommen in Berlin, ihr Verrückter gehört dahin. Musik Komm, wir brauchen mehr Wahnsinn. Die neue Bühne ist gebaut, lass die Toleranz und tanzen. Musik Berliner Berg kennt keine Grenzen mehr. Musik Seid willkommen in Berlin, ihr Verrückter, ihr Verrückter. Musik Gott, wir brauchen mehr Wahnsinn. Musik Seid willkommen in Berlin, ihr Verrückter, ihr Verrückter' in Berlin. Musik Seid willkommen in Berlin, ihr Verrückter wird nicht in Berlin. Wenn's wie mal heißt, gute Nacht, wird an der Spree das Licht erst angemacht. Seid willkommen in Berlin, ihr Verrückten gehört dahin. Komm, wir brauchen mehr Phasen. Ihr Verrückten fassen überall mit einem charmanten Größenkreis und dann kriegen wir das Gute. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Mauer. Im Kommunismus bauen wir Mauern, um die Leute drin zu halten. Im Kapitalismus, um sie fernzuhalten. Udo Lindenberg würde sagen, Power anstatt Mauern. Wollte Republik Deutschland. Das schaffen wir. Und jetzt machen wir aus dieser Hütte mal eine Panikzentrale. Als ich noch ein junger Mann war, saß ich locker, irgendwann dann auf der Wiese vom Hotel kämpflich gehen. In der Präsidenten-Suite, wo's sich einregnet und ich zieh. Und was bestellt ihr dann? Dosenbier und Kaviar. Und ich mach' meinen Weg. Egal, was die anderen sagen. Ich geh' meinen Weg, auch gerade, auch schräg. Das ist egal. Und ich mach' meinen Weg. Egal, was die anderen glauben. Was ich dran machen, ein und so an. Das ist egal. Und ich mach' meinen Weg. Egal, was ich dran machen, ein und so an. Vorsicht, meine Damen und Herren, das Ensemble von Hinterm Horizont, das ist euer Applaus, vielen Dank und das war er schon fast, der Bambi 2015 hier aus dem Stage-Theater am Potsdamer Platz. Wir hoffen, Sie hier im Saal, aber auch Sie zu Hause, meine Damen und Herren, hatten einen wunderbaren Abend. Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern und Preisträgern, die ich jetzt alle auch gemeinsam mit Ihren Laudatoren nochmal auf die Bühne bitte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine persönliche Einladung habe ich auch noch für Sie, denn am kommenden Samstag, Samstag einer Woche, gibt es eine neue Ausgabe der fast besten Unterhaltungsshow des Jahres, Klein gegen Groß im Ersten mit acht tollen Kindern und besten prominenten Gästen. Helene Fischer, Til Schweiger, Fahri Jadin, Rolando Villason sind unter anderem dabei. Schönen Abend, guten Nacht oder wie Wolfgang Schäuble sagen würde, ich over. Tschüss, bis zum nächsten Jahr.